In kaum einer europäischen Adelsfamilie wird Perfektion so groß geschrieben wie bei den Herrschern des winzigen Stadtstaates Monaco. Etikette und Contenance haben am Fürstenhof oberste Priorität. Auch wenn der Grimaldi-Clan rund um Fürst Albert immer mehr versucht, sich der modernen Zeit anzupassen, bleiben die genauen Ereignisse hinter den Palastmauern nach wie vor der Fantasie überlassen. Eine, die sich davon nicht beirren lässt, ist Camille Gottlieb. Die jüngste Tochter von Prinzessin Stefanie versorgt die Öffentlichkeit über die sozialen Medien mit allerlei privaten Details und ist dabei schonungslos ehrlich. Bestes Beispiel dafür ist ihr jüngster Instagram-Schnappschuss. Darauf posiert die 21-Jährige ungeschminkt im Badezimmer und steht offen zu ihren Makeln. Ich habe Hautunreinheiten und trage immer noch Aknenarben aus meiner Pubertät. Aber ich zeige euch trotzdem mein Gesicht, um zu zeigen, dass jeder Fehler hat und niemand perfekt ist. Worte, die Mut machen, gerade für ihre offene und selbstbewusste Art, wird die hübsche Monagassin von ihren Fans gefeiert. Auch wenn Camille offiziell keinen Anspruch auf den monagassischen Fürstenthron hat, ist ihr Kampf für mehr Selbstvertrauen definitiv fürstlich zu loben.